Wir haben nach der Show... Die Leute sind noch drin, der letzte Act performt gerade. Ich glaub, das war ziemlich lustig. Was haltet ihr davon, wenn Videos mal bei YouTube nicht witzig sind? Ich wollte mal ein ganzes Video darüber machen, aber weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich muss was trinken, aber ich hab zu wenig Geld. Vielen Dank, Schalten! Mit großer Leidenschaft, hier im Adel! Die ist auch Nummer 1, Kraft und Kontrabass mit den indischen Weißen. Die ist auch Nummer 2, Gudrun Höpker mit den Kinder im Zoo. Die ist auch Nummer 3, der Quarterback von Tomy T. Abschaffen! Dieser Film war einer der offiziell beschissensten Filme, die ich hier auf einem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Daher werde ich jetzt meine Flyer drüber tun. Wollt ihr auch einen Flyer haben? Von was denn? Von meiner Tour! Jawoll! Viel! Aber du gewinnst doch jetzt, oder? Was? Was sagst du? Nee, auf keinen Fall gewinnst du! Auf keinen Fall? Auf keinen Fall! Nein, 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 nein! Freiheit, lyrische Freiheit, wie weit bist du bereit, bis an die Grenze zu gehen? So, wir hatten ein schönes Kunst gegen Bares Ergebnis. Ich warte hier auf die Bahn in Köln. Oh! Die Züge der Linie RB27 in Köln Hauptbahnhof und die Züge der R8 Richtung Mönchengladbach in Polheim, zwischen Polheim und Grevenbroich besteht für sich den Ersatzverkehr durch die Buslinie A. Ja, 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 technische Schwierigkeiten und so weiter. Bahncard, ich brauch die Bahnfahrt, wem nützt die Bahncard, wenn die Bahn nicht fährt? Ich fahr jetzt nach Aachen, wo es morgen weiter geht. Es war sehr, sehr geil heute Abend. Wir haben uns auch ein Weihnachtsgegen gespielt. Wir spielen das Weihnachtsgegen auf der Weihnachtsgala dieses Jahr. Oh, wir werden so viele Leute verstören, das ist ja unglaublich. Oh Mann, kann die Bitch aufhören zu labern? Ich laber doch gerade mit euch. Nee. Also, ich glaub, das ist jetzt der Punkt, wo wir Köln beenden und die nächste Episode in Aachen starten. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Wir sehen uns in Aachen. Bis dann! Freiheit, lyrische Freiheit, wem nützt die Bahncard, wenn die Bahn nicht fährt? Ich fühle mich toll, das bewegt. Mein Bier muss leer, sonst geht der schon gar nichts mehr. With the auction eine